Mein grosser Saisonziel ist es, den Pizpalü zu besteigen. Damit ich das erreichen kann, verbringe ich jetzt ein paar Tage hier in Pontresina und mich möglichst gut darauf vorbereiten mit ganz vielen Winteraktivitäten. Heute geht's los mit einer ersten Aktivität. Der Can von der Bergsteiger Schule Pontresina nimmt mich mit auf eine kleine Skitour zur Gemsfreiheit. Das ist eine wunderschöne Tourenvariante im Gebiet der Diabletza mit Blick auf Pizpalü. Ich kann mich sehr darauf vorbereiten, was mich bei meiner grossen Tour erwarten wird. Ich Mayor, jetzt geht's mit einer rechtschuleinung. Ich kann mich sehr darauf hinPCenken, was mich beim Geist, ist eine Räume für eine Räume für eine gute Zeit. Für mich Br解chung ist das her, dass ich mit einer einer Zrusprung befestigung, als er eine Räume für eine Räume zu vermeiden muss. Ich möchte mich über den Brüche sein gerne einfach nicht mit dabei sein. Das ist eine Räume für ein Räume für eine Räume für den Verkennen. Ich könnte mich gut aus, aber möchte mich bei einer Zonen departmenten einigen! Als ich eine Räume für eine Räume für die Räume für eine Räume für einen Räume für eine Räume. Dann wird mich das einfach nicht aber schlubt! Untertitelung des ZDF, 2020